Hallo liebe Kumpel zum Kumpelineres. Oh, ist das ein Wetter. Boah, ist das ein Wetter. So ein blödes Wetter. Es rennt und rennt und rennt. Ja, spiel her, Moin, bin ich schon kurz schwarzener Tierregang, weißt du? Ja, und bin Hemkum und ich war, ich war kaum drin. Schwupp, ging hin und schon wieder der Himmel auf. Verstehst du? Dann ist es wieder runtergeräumt. Ja, schon klickert, schon richtig klickert. Und ich wäre nass gewesen. Ja, und jetzt, und jetzt, da habe ich halt morgens ja schon ein bisschen geruht. Und jetzt bin ich in meiner Ecke und habe mir wieder den Teppich herumgeklappt. Aber meine Fraulienchen, die versteht das nicht. Ich weiß, auf dem Teppich kann ich besser aufstehen. Da rutsche ich nicht so weg. Aber ich mag nicht auf dem Teppich leiden. Ich leide viel lieber auf dem glatten Boden. Verstehst du? Ja, deshalb muss ich den Teppich immer herumklappen. So, und dann muss ich noch ein bisschen Ordnung machen. Und dann habe ich noch ein Hase-Urterlei. Das muss ich jetzt noch verstecken. Blöd ist nur, wenn ich das jetzt da hinten in der Ecke verstecke, da gucke alle zu. Ja, und dann wissen die, wo das ist. Und dann muss ich aufpassen, dass es sich keiner klaut. Aha. Wie, ihr wisst nicht, wer mir zuguckt. Da gucke doch Mutter in die Ecke. Ja, die ganze Viecher gucke mir zu. Aha. Dann wissen die, wo das ist. Und wenn dann ein anderer kommt, dann sagt die Kugelmutter, hat er das versteckelt. Ja, gerne. Ich bin der Dummschwetzer. Ich weiß das. Okay, Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Vielleicht haben wir schöneres Wetter, ne? Ja. Aber bei mir rennt es halt eben noch, muss ich mir solche Dummheter ausdenken, damit es nicht so langweilig ist, ne? Okay, bis dann. Tschüss, euer Merlin.